Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Endlich ist es soweit, das neue Essence Sortiments Update. Herbst, Winter 2022 ist da. Ich habe, glaube ich, alles bestellt und bin sehr überrascht, wie viele spannende neue Produkte wir hier haben. Und ich denke mal, das Video wird ein bisschen länger, deswegen würde ich euch empfehlen, holt euch einen Snack, holt euch was zu trinken, genießt die kleine Show. Wir haben wirklich viel zu besprechen. Falls ihr hier neu seid, ich bin Maxim, ich lade drei bis fünf Videos die Woche hoch, mindestens drei auf jeden Fall. Und alles dreht sich so um Drogerie, Make-up, Adventskalender sind gerade ganz, ganz beliebt. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Heute geht es aber, wie gesagt, um das neue Essence Update. Essence ist immer ungefähr einen Monat später als Catrice. Falls euch die Videos interessieren, ich verlinke sie euch einmal hier oben. Ansonsten findet ihr die auch natürlich auf meinem Kanal. Es ist recht früh, ich habe nämlich heute noch ein bisschen was zu tun, aber ich glaube, dass hier ein paar neue Jahresfavoriten drin sein könnten vom Blick schon auf die Produkte. Wir haben viele Primer, wir haben sehr, sehr viele Lidschatten, wir haben Lippenprodukte, Mascaren, Augenbrauenprodukte, Puder. Es ist viel und ich würde vorschlagen, wir starten. Ihr seht es, ich habe noch nichts im Gesicht und ich möchte tatsächlich auch schon mit Primern anfangen. Da habe ich nämlich zwei verschiedene. Einmal haben wir hier den Hydro Hero Primer. 48 Stunden Hydrating mit Hyaluronsäure und Gurkenextrakt. Der scheint mir, als wäre er perfekt angepasst an den Hydro Hero Skin Tint von Essence. Der ist ja auch ganz solide und einige von euch mögen den auch. Der hier ist aber mit Hyaluronsäure und Gurkenextrakt und soll die perfekte Basis für dein Make-up bieten. Er soll aber auch optisch die Poren reduzieren. Der ist selbstverständlich vegan. Ich glaube, Essence ist mittlerweile auch zu 100% vegan, was neue Produkte angeht. Und wir probieren das Ganze einmal aus auf der rechten Seite meines Gesichts. Ich rieche tatsächlich Gurke und arbeite mir den jetzt mal auf dieser Seite ein. Er fühlt sich sehr leicht an, so ein bisschen gelig schon fast. Ja, die Gurke kommt raus. Ich mag Gurkengeruch tatsächlich total gerne. Ich hatte das neulich schon mal in einem Video mit euch besprochen, dass ich finde, dass Düfte in Produkten ganz, ganz viel auslösen können. Und so ein Duft sorgt natürlich auch nochmal dafür, dass sich das frische Gefühl verstärkt. Er zieht sehr schnell ein. Das würde ich sagen, ist jetzt ein recht einfacher Primer, der einfach nur schön Feuchtigkeit spenden soll. Wir lassen ihn mal ein Momentchen drauf. Wir haben aber noch einen anderen und das ist der Redness Reducer Primer. Die kommen auch übrigens alle in einem ähnlichen Packaging. Also das muss man sagen, das Design-Team von Essence ist mittlerweile echt on top. Balancing and Calming mit grünem Tee-Extrakt. Ein Primer mit grünem Tee-Extrakt und Panthenol, der die Haut kühlt und dank der grünen Farbe rote Hautpartien ausgleicht. Okay, also der hat tatsächlich einen Tint, da bin ich sehr gespannt. Sieht man auch sofort. Da muss ich jetzt mal schauen, wie stark der... Okay, nee, das ist in Ordnung. Also das ist so ein kleines Ding bei grünen Primern tatsächlich, wo ich euch auch sage, ey Freunde, sagt wirklich vorsichtig mit Color-Correcting-Primern. Weil wenn ihr so einen richtig, richtig grünen Primer nehmt, so einen Color-Corrector, und ihr morgens vielleicht hier nach dem Schnorben morgens eine rote Nase habt und die abdeckt und im Laufe des Tages verschwindet die Rötung, dass sie grün bleibt, aber scheint irgendwann grün durch. Deswegen würde ich immer eher etwas leichteres benutzen, was in die pastelligere Richtung geht, so wie ein Under-Eye-Corrector beispielsweise. Aber auch der macht jetzt nicht sofort so einen grünen Touch auf die Haut. Finde ich vom Feeling her tatsächlich sogar noch ein bisschen schöner als den Hydro-Primer. Der ist nämlich sofort weggezogen. Vielleicht ist meine Haut auch einfach sehr trocken. Wir schauen aber mal, wie sich das Ganze mit dem Make-up verhält. Es gab tatsächlich auch noch einen anderen Primer. Das ist aber eher ein Serum. Und da ich heute schon Serum drauf hatte, habe ich den jetzt nicht benutzt. Das ist der Hello Good Stuff Pore Minimizing Primer mit Granatabwehr und 3% Niacinamide. Kein Mikroplastik, keine Mineralöle, also alles, was in dieser Good Stuff-Reihe nicht mit drin sein soll. Ich schaue mir das Ganze mal kurz an. Kommt in einer Glasflasche. Ist eine recht flüssige Konsistenz. Riecht auch nach Granatapfel. Sehr, sehr frisch. Den finde ich vom Feeling her sehr gut. Den kann ich mir gut vorstellen, dass der eine sehr, sehr gute Base fürs Make-up wirklich ist, wenn ihr auf eine etwas klebrigere Base steht und ihr potenziell Probleme habt mit etwas öligere Haut. Finde ich gar nicht schlecht vom ersten Eindruck her. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass ich es durch diese Videos durchsetze. Aber es sind wirklich viele, viele Produkte hier drin, die ich euch unbedingt zeigen möchte. Das heißt also, wenn euch ein Produkt ganz besonders interessiert und ich dem eurer Meinung nach nicht genug Aufmerksamkeit schenke, dann schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Dann testen wir das Ganze nochmal intensiv. Ich denke mal, dass wir das Ganze wahrscheinlich auch bei den Lidschatten machen. Weil ich habe ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben neue Lidschatten und ich habe nur zwei Augen. Alright. Ich glaube, ich zeige euch erstmal die Lidschattenpaletten, die wir haben, dass ich die so ein bisschen beiseite räumen kann, denn wir haben wirklich, wirklich viele. Starten wir mit der Nothing Compares to Nude Eyeshadow Palette. Die gab es ja in dem Design. Schau mal, das ist dieses kleine, recht kompakte Design. Hier sind sechs Farben drin. Zwei sind matt, vier sind schimmernd. Und das ist wirklich eine sehr, sehr softe Palette. Also wenn ihr wirklich auf diesem No-Make-Up-Make-Up-Clean-Girl-Clean-Boy-Look steht, könnte das vielleicht ganz spannend für euch sein, weil ihr wirklich nur zwei recht helle Transition Shades habt. Die Schimmertöne sehen aber gar nicht schlecht aus. Die zeige ich euch vielleicht nur bei Instagram oder bei TikTok, weil das ist jetzt nicht so spannend. Es gibt auch in der kleinen Kategorie die My Rose Will Go On Eyeshadow Palette. Auch die ist sehr, sehr zart. Die sind wirklich für jemanden, der vielleicht nicht so viel Wert auf bunte, kräftige Farben legt, sondern wirklich nur so einen leichten Hauch an Farbe haben möchte. Man kann hiermit auf jeden Fall aber schöne Looks schminken, weil ihr drei matter Shades habt und zwei davon, die aufeinander aufbauen. Also einen helleren und einen dunkleren, mit denen ihr schon mal blenden und verdunkeln könnt. Und dann habt ihr auch hier noch so ein paar Schimmertöne, auch in verschiedenen Texturen. Matt und so Semischimmer und dann wirklich diese cremigen Metallic Shades. Zwei neue Kategorien sind dazu gekommen an Lidschattenpaletten. Und das sind diese Schätzchen hier. Die kann man so aufklappen wie so eine Flügeltür. Und die finde ich tatsächlich recht spannend und auch recht clever aufgebaut. Ihr habt nämlich vier Farben in diesem quadratischen Pfännchen. Und dann nochmal zwei Töne, die ihr je nachdem, wie ihr die Farbe haben wollt, mischen könnt. Also einen sehr hellen und einen sehr dunklen. Und je nachdem, wie viel ihr vom hellen oder vom dunklen hebt, könnt ihr die Farbe anpassen. Das heißt, ihr habt recht unbegrenzte Tiefeneffekte, die ihr auf euer Lidschatten packen könnt. Silber und Gold für diesen etwas kühleren Look. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass man mit den Shades die Augenbrauen sehr gut machen kann. Und das Design ist super, super kompakt. Ebenfalls neu ist die Don't Stop Believe in Palette. Auch die ist ähnlich aufgebaut, nur mit anderen Shades. Geht eher so ein bisschen in die Lila Richtung. Lila wird auch eine große Rolle hier spielen in dem Video. Wir haben wirklich, ich muss sagen, dieses Lila finde ich tatsächlich super spannend. Yourself. Also ich glaube, die müssen wir nochmal testen, weil das wirklich etwas ist, wo man unbegrenzte Möglichkeiten hat. Das finde ich bei kleinen Paletten immer sehr, sehr schwierig hinzukriegen. Und jetzt, Freunde, ich glaube, die Palette, auf die die meisten von euch gewartet haben, wir haben die Welcome to Marrakesh Palette. Eine neue City Palette, die Essence ja vor mindestens drei oder vier Jahren schon eingeführt hat. Ist hier einmal mit super spannenden Texturen. Wir haben schwarz, wir haben lila, wir haben so geflagte Texturen. Auch hier ein grauer Ton. Und was ich sehr bemerkenswert finde, angepasste Pressings. Das ist immer super, super teuer, das herzustellen. Und hier haben wir einmal die neue City Palette. Ich glaube, dass viele von euch sich dafür interessieren. Deswegen werden wir uns die auch nochmal extra anschauen. Wir haben aber zwei andere Paletten. Ich weiß nicht, ob die ins Sortiment-Update mitkommen oder ob die online-exclusive sind. Aber das sind schon echte Hingucker. Ich zeige euch erstmal die reduzierteren. Und das ist die Blooming Wings Palette. Mit so einem richtig schönen Schmetterling hier drauf. Und das ist eine 18-Pfennige Palette mit jeweils einem Gramm. Eine recht schlichte Palette, aber trotzdem in diese bisschen romantischere Richtung. Also auch hier haben wir wieder verschiedene Texturen. Matz. Matz mit so kleinen Glitzerpartikeln. Wir haben Schimmer, wir haben Semi-Schimmer und wir haben diese Glitter-Shades. Finde ich persönlich super, super spannend. Ich glaube, dass wir die auf jeden Fall nochmal benutzen. Das ist so ein Staple. Also sowas sollte man in der Kollektion haben zu Hause, weil sie recht schlicht ist. Da war ich wirklich überrascht, dass Essence dieses Schätzchen hier rausgeknallt hat. Weil ich damit in diesem Update irgendwie gar nicht gerechnet habe. Das ist die Code Fancy Palette. Und das ist natürlich ein krasses Teil. Also wir haben wirklich bunte Farben. Keine langweiligen Farben. Und man kann damit wirklich extrem spannende Looks machen. Und ich glaube, wir müssen heute unbedingt ein Lila-Lid-Shuttle-Look machen. Lila ist tatsächlich auch die Farbe 2022 von Pantone. Die suchen sich immer eine Farbe aus. Das ist ein Hingucker. Und ich hoffe, dass die richtig krass ist. Weil das ist neu für Drogerie. So bunte Farben. Finde ich super. Wir starten aber mit einem Augenprodukt. Und das ist das Essence Fix-It-Like-A-Boss Transparent Eyebrow Gel. Das Ganze ist selbstverständlich vegan und cruelty-free. Man soll damit seine Augenbrauen und seine Babyhärchen stylen können. Ist hier extra hinten. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Noch so ein kleines Emblem drauf. Kommt mit so einem Bürste und wir gehen jetzt einfach mal durch. Ja? Also es ist noch nicht so wie das von Catrice, dieses Gel. Es gibt aber schon so ein bisschen... Also ich arbeite mir das wirklich richtig in die Augenbrauen ein. Und dann kann man sie so ein bisschen hochbürsten. Und dann muss das Ganze kurz antrocknen. Während das antrocknet, benutzen wir einen neuen Lidschatten-Primer. Und das ist der Prime-Like-A-Boss Lidschatten-Primer. Intensivierend, langanhaltend und no creasing. Eine Universal Shade soll das sein. Und das muss ich sagen, mag ich immer ganz gerne. Ne, mag ich nicht. Das ist transparent. Seht ihr das? Das hat keine eigene Farbe. Ach nein, ich dachte, das ist mit Farbe. Das korrigiert ja dann gar nicht das Lid. Okay, wartet mal. Ich nehme mal ein bisschen... Wobei, es könnte vielleicht doch gar nicht so schlecht sein. Ich nehme mal ein bisschen Concealer und mische mir das zusammen. Und so habe ich auf jeden Fall ein bisschen Farbe. Das geht, glaube ich, nicht. Probierst mal kurz hier, ob das funktioniert, so wie ich es mir vorgestellt habe. Aber, also man kann es mit Concealer mischen. Es wird dann tatsächlich aber nicht so ebenmäßig wie ein kompletter Concealer. Also wenn ihr auf durchsichtige Lidschatten-Primer steht, könnte das vielleicht gar nicht so schlecht sein. Ne, das mag ich nicht. Oh, was aber sehr, 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 sehr gut ging, ist jetzt hier auf der Seite. Da habe ich es ja jetzt gerade nicht weggemacht. Und da sieht man nochmal einen Unterschied. Deswegen, vielleicht lassen wir es wirklich einmal so ohne Primer mit Concealer und mit Primer und Concealer zusammen. Und wir starten mit der Code Fancy Palette. Ich starte mit einem fluffigen Blendepinsel und gehe hier erstmal in diesen lila Ton. Und tupfe mir den jetzt erstmal hier auf. Es ist sofort Farbe da. Ich will jetzt wirklich erstmal nur so einen Touch an Farbe haben. Und dann kann ich das Ganze gleich ein bisschen weicher ausblenden. Und die Farbe ist für so ein pastelliges Lila überraschend. Ich nehme mir mal einen etwas präziseren Pinsel und platziere mir wirklich das Pigment. Ich möchte heute einen wirklich bold Eyeshadow-Look haben, der richtig intensiv ist. Ich muss auch sagen, ich mag das Packaging. Das fühlt sich sehr hochwertig an. Erinnert mich auch so ein bisschen an die Catrice-Paletten, die haben ja auch in dem Design kommen. Alright, schöne Farbe. Wir nehmen den kleinen Pinsel von eben und gehen jetzt hier in das etwas dunklere Lila. Und das presse ich mir auch nochmal mit rein, einfach um, wow, um nochmal ein bisschen mehr Tiefe zu haben. Die Farben leuchten richtig, ne? Also ihr seht, dieses krasse Leuchten. Könnte man tatsächlich schon so lassen, wenn man wirklich einfach nur so einen monochrom lila matten Look haben möchte. Freunde, wir sind aber heute hier und hier gibt es nicht nur monochrom heute. Außen gehen wir hier in diesen dunklen Ton. Der hat zwar einen leichten Schimmereffekt, das ist mir jetzt aber wurscht. Und ich will einfach nur hier ein bisschen mehr Tiefe. Ich liebe Lila. Ich mische mir noch so ein bisschen Rosa von hier, hier oben mit rein, dass ich hier nochmal einen anderen Effekt habe. Ja, nice. Nur so ein Touch und dann ist das Blending auch ein bisschen ordentlicher. Und jetzt ziehen wir uns eine Cutcrease. Wow. Und nehme mir den Maxim Jockemo und Laetitia Nummer 4 Brush. Und möchte tatsächlich, glaube ich, heute ein bisschen mutiger werden. Hier in dieses Rosa. Presse ich mir hier vorne hin. Gehe ins Orange und verblende das Rosa und das Orange so ein bisschen ineinander. Und jetzt kleiner Pro-Tipp. Wenn ihr den Laetitia, den kleinen Cutcrease Brush von mir und Laetitia nehmt. Ihr könnt die jetzt mittlerweile auch einzeln kaufen. Und die ein bisschen nass macht und dann in Schimmerton geht. Das tue ich in diesem hier außen. Dann könnt ihr damit, also müsst ihr nicht mal eine Cutcrease ziehen. Sondern ihr könnt einfach damit wie so ein Cream Eyeshadow selbst machen. Wahnsinnig, wahnsinnig gute Palette. Okay, Freunde. Wir starten. Ich mache mal meine Base. Und dann geht es weiter mit einem Fixing-Puder. Alright. Der Concealer und die Base ist einmal ein bisschen drauf. Ich muss sagen, mir gefallen beide Seiten ganz gut vom Primer her. Ich glaube aber hier, weil der Redness Reducer Primer gefällt mir das Finish der Base ein bisschen besser. Okay, wir fixieren das Ganze. Und da gibt es ein neues Puder. Das ist das Fix and Last Makeup Fixing Loose Powder. Matt, Blurring und Waterproof. 9,5 Gramm sind drin und das Ganze soll 14 Stunden halten. Hier ist clever gelöst. Natürlich eine Schutzfolie mit dran. Aber dieses Nipselchen ist so lang, dass man es einfach abziehen kann. Könnte Kickback haben, weil da Maisstärke drin ist. Deswegen probieren wir es jetzt erstmal nur leicht. Ich nehme mein Microfiber Multi-Tool Mini, gehe rein und nehme, es sieht sehr weiß aus, erstmal in meine Hand und dann nur mit einer ganz, ganz dünnen Schicht. Das ist ein Flashback-Puder, wenn man es so aufträgt wie ich. Wenn man es nur ganz leicht als Fixing-Powder benutzt, also nur so rüber dusted, dann nimmt das sofort den Glanz weg. Und das zeige ich euch einmal. Das ist dann tatsächlich gar nicht so schlecht. Ihr seht es hier, seht ihr noch ein bisschen Glow. Ihr geht einfach rüber, braucht nicht viel und fixiert tatsächlich das ganze Gesicht. Also zum Baken ist es nicht. Stand jetzt aber auch nicht drauf, dass es ein Baking-Powder sein soll. Deswegen will ich das jetzt danach gar nicht bewerten. Unterm Auge gefällt es mir jetzt nicht so, um den Concealer zu setten. Als Inner Corner Highlight gehe ich hier in den silbrig-lilalen Ton und mische mir das so ein bisschen zusammen, nur ganz, 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 ganz leicht. Und wir haben einen wahnsinnig schönen Lidschatten-Look. Ich liebe, liebe, liebe den Look. Es ist sehr, sehr viel. Deswegen bringen wir noch ein bisschen Bronzer und ein bisschen Farbe in mein Gesicht. Einfach das, was ich euch noch nicht zeigen darf. Also das Puder ist tatsächlich auf der Stirn gar nicht schlecht, weil es sehr, sehr weich zeichnet. Wenn ihr eine sehr ölige Haut habt, probiert das Puder mal aus. Wir haben einen Highlighter, Freunde. Und das ist der Make-Me-Glow Baked Highlighter. Der erinnert mich so ein bisschen in so ein Hourglass-Produkt, weil der halt von der Textur her sehr, sehr weich ist. Das könnte tatsächlich auch mein Favorit sein, weil es so einen Finish gibt, den man übers gesamte Gesicht gibt. Also der hat nicht so, ihr seht es, der hat nicht so krasse Glitzerpigmente drin, sondern eher so ein Overall-Glow. Aber deswegen gebe ich mir den tatsächlich jetzt auch mal Overall hier in mein Gesicht, weil ich das ja super, super gerne mag. Ganz zart. Ihr könnt den natürlich aufbauen. Also wirklich über, überall. Ich möchte aussehen wie so ein glasierter Donut. Einige mögen es, einige mögen es nicht. Ihr könnt ihn natürlich auch punktuell auftragen und habt dann trotzdem einen sehr, sehr schönen Glow auf der Haut. Sehr, sehr gut. Bis jetzt war hier kein einziger Flop mit dabei. Ich habe kurz mal überlegt, wie es letztes Jahr war oder zum letzten Update. Da war ich, glaube ich, nicht ganz so happy. Hier? Wir haben einen Dupe. Das möchte ich jetzt nicht benutzen. Das würde ich euch ja empfehlen, wenn ihr auf so einen No-Make-up-Make-up-Look-Shift und vielleicht keine Foundation trägt. Das ist das Water Tint. Leap & Chic Tint. Das ist ein 1 zu 1 Dupe. Ich habe es gestern schon probiert. Zu dem Bene Tint. Kann man auf die Lippen geben. Dann färbt es so ein bisschen die Lippen ein. Kann man auch als Blush benutzen, ohne so ein zusätzliches Produkt zu haben. Ich mag das ganz gerne, wenn man wirklich nur einen leichten Touch haben möchte. Was ich damit nachher mal ausprobieren möchte, ist, das ist sehr verrückt. Ich färbe mir damit meine Augenringe ein. Dann sind die nicht lila, sondern eher rosa. Und rosa cancelt lila ein bisschen aus. Und dann kann man es leichter abdecken. Ich gucke mal, ob das damit funktioniert. Es füllt sich aber sehr gut an. Und schmeckt so ein bisschen nach Kirsche. What is this? 3 Euro. Mascara. Da haben wir zwei. Wir haben die I Love Extreme Crazy Volume Mascara in Waterproof. Und die Lash Like a Boss Instant Volume & Length Mascara auch in Waterproof. Die probieren wir jetzt einmal aus. Ihr werdet wahrscheinlich nicht viel sehen. Ich zeige euch hier aber einmal das Bürstchen. Das ist so ein bisschen wie die Catrice Glamour Doll Bürstchen. Uh. Ich hole euch gleich mal ran. Die gefällt mir vom ersten Eindruck sehr, sehr gut. Die macht so ein bisschen dickere Wimpern. Aber sehr, sehr frisch. Und jetzt schaut euch bitte mal kurz diese Base Kombination an. Dieses matte Puder. Dieses richtig matte Puder. Und dann diesen Highlighter oben rüber. Sieht aus wie ungesettete Haut. Ist aber trocken. Also fixiert. Und dann dieser Lidschatten Look. Wow! Wir haben noch so ein Lippenpflegeding. Das sieht ganz spannend aus. Das ist Lip Oil mit Alge und einem feuchtigkeitsspendenden Effekt. Jojoba Öl, Vitamin E. Gott. Hinterlässt ein glänzendes, nicht klebriges Finish. Ich zeige euch es mal kurz. Ja, das ist eher so ein Lip Gloss. Finde ich ganz spannend. Also für so ein... Uh. Die Kombination auch mit diesem Skin Tint ist gar nicht schlecht. Hier ist eine neue Kombination rausgekommen, die mein Name schreit. Wir haben auch noch Lippenstifte in verschiedenen Farben. Das sind die Caring Shine Lippenstifte. Die haben ein bisschen Farbe und geben auch eher so ein bisschen Pflege. Die sind aber eher so vom Stil her glossy. Das ist eine sehr schöne Farbe. Wir haben die auch noch in anderen leuchtenden Farben. Beispielsweise die Farbe 205 My Love. Das ist so ein Hot Red, aber halt auf cremige Basis. Also nicht so intensiv, sondern eher so ein bisschen weich. Und eine ganz spannende Farbe für den Herbst. My Advice. Die geht so ein bisschen in die Burgundy, äh in die dunklere Nude-Richtung. Auch eine sehr, sehr schöne Farbe. Wow. Wir haben den Essence 8 Stunden 8 Hour Matte Comfort Lip Liner. Ihr habt hinten einen kleinen Anspitzer mit dran. Und vorne haben wir dann so eine recht kühlere, bräunlichere Farbe. Ich probiere den mal aus. Ich habe den jetzt mal auf die komplette Lippe gegeben, dass ihr die Farbe seht. Schöne, kühle, zartere Nude-Farbe. Und dann tragen wir einen neuen Gloss auf in der Farbe Milky Cocoa. Made in Poland sogar. Hydrating Glossy Lip Balm. 8 Stunden Hyper Hydration. Das ist so fast schon gräulich. Oh yes. Ebenfalls im Update sind natürlich auch noch andere Lip Gloss Farben und Lippenstift Farben. Wir haben den Glossy Lip Balm in so einem, ja, so einem Perlmutt. Und den fand ich auch ganz spannend. Ein Soft Touch Eyeshadow Powder. Der super, super weich ist, ne? Das ist so ein purer Metallic Ton. Schaut euch bitte diese Farbe einmal an. Freunde, das war jetzt wirklich, wirklich eine Menge an verschiedenen neuen Produkten. Ich muss sagen, hier war jetzt kein Produkt drin, wo ich sage, ne, war nix. Wunder, wunderschön Essence. Überraschend bin ich nicht. Ich bin sehr glücklich darüber. Schaut gerne mal bei Essence vorbei, die Sachen sollten, also online sind sie tatsächlich schon. Es dauert immer so ein bisschen, bis das in der Drogerie ist. Bei manchen früher, bei manchen später erkennt das Prinzip. Ansonsten schaut gerne bei Essence online vorbei. Dort habt ihr natürlich alles schon. Ich bin gespannt. Schreibt mir gerne mal, was ich nochmal genauer testen soll. Gibt es ein Produkt, wo ihr sagt, ah, das hast du mir ein bisschen zu wenig gezeigt, mein Lieber? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart. Und wir sehen uns schon ganz bald hier wieder, Freunde. Der Countdown läuft auf Instagram. Gibt es vermutlich sogar schon Countdown. Bis zum nächsten Mal.